Was zieht man eigentlich bei dem Regenwetter zurzeit an? Als erstes natürlich einen guten Sport-BH. Dazu kommt eine ganz normale Leggings. Je nachdem, ob man der frierende Läufer oder der schwitzende Läufer ist, kommt dann noch ein langer oder ein T-Shirt dazu. Ich bin auf jeden Fall der frierende Läufer. Meine normalen Socken ersetze ich noch mit Laufsocken. Das sind die guten. Ganz wichtig ist natürlich eine Regenjacke, eine Cappy und wasserdichte Schuhe. Das ist mein Outfit für Regenwetter.